ok jetzt halte ich mich doch mal den haue ich noch mal ebenso speck ich hab's ja geahnt was alter gibt's denn das bleib liegen das muss ich mir gleich wieder heilen toll noch irgendwelche überraschungen hier hat das überhaupt gelohnt in irgendeiner form hier sind zwei von den großen viechern muss ja irgendwie hier geht's auch weiter munition wäre schon mal wieder gar nicht schlecht gut dann geht's nur noch weiter gut ich will mir jetzt wissen wir eigentlich will ich nicht wissen wer gewartet hat da schon wieder schießpulver und oben geht's wahrscheinlich nicht weiter ne so ein ziegelstein hier oben geht's um den bohrer rein den wir nicht haben dann müssen wir unten wahrscheinlich den bohrer holen und den bohrer hat der bohrer typ und der bohrer typ ist ein arsch das weiß ich jetzt schon so sag an kleine wo sind die 4 4 insgesamt ach du ne 1 warte 1 2 3 4 4 stück insgesamt scheiße 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 ... 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 Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum da oben da schläft doch einer oder was 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 ich sehe gar nichts gerade das ist echt scheiße da 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 keine Munition mehr jetzt geht es los mit Munition suchen da muss ja jetzt irgendwo Munition liegen das ist ja sonst fies hier guck mal rein ja was gibt es jetzt erwartungstasche jawohl da oben steht noch was drauf aber wieso wo komme ich denn wie komme ich denn da oben hin ein bisschen ein bisschen was ist oder sogar gut da kommt man hoch oder auch nicht hallo hallo kriegt er nicht hoch guck mal nur dann kann ich ja nur da oben ist doch noch der typ oder was wo willst du denn hin wo willst du denn hin wo willst du denn hin ich wollte aber noch da oben hin ich wollte aber noch da oben hin hallo habe ich gar nicht mit gekriegt was war das so eine Explosion eine Mine oder was eine Flasche und da liegt auch noch was auf der Bank Flasche Topas noch was hier aus erfahrung wissen wir es lohnt sich zu suchen aber es leuchtet nichts mehr hier ein heilkraut bleibt da ruhig stehen nein nein alter was hast du denn für ein Problem ich stürm's hier auf mich zu ey so ey ey was ist denn los mit dir hier du lebst ja auch blind schießen eine meiner leichtesten Übungen die 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 laufen im gleichen Weg ähm soll ich es jetzt wagen im keller zu gehen oder das ist das eklig wenn das hier so überall da unten sollte ich außenrum mhm mhm und Pass auf, weiter links Schieß, weg Weiter schieß, weg Barry, wir sind nah Nah, schieß, weg Hier war ja auch noch eine Kiste, richtig Irgendwo Ich erinnere mich grob Ich weiß noch nicht mehr wo Ich weiß, der ist da oben Das nervt nur etwas Es kommt mehr Da, schieß Schwarzpulver Hier gibt es wieder was Das gleiche zu lesen, was wir schon kennen Probexperimente und so Und hier ist die Truhe Und da und da Böttlich noch was Pistolen-Money, ne? Gut, ein bisschen Und auch eine Teilebox Gut, Teilebox So, nun Hier können wir ja wahrscheinlich nicht raus Ach, hier gibt es noch was Nimm ich Und hier könnte ich den Hebel nicht ziehen Gut, dann Warum lösen die sich eigentlich nicht auf Ich hab doch Ach ne, sie hat sie ja noch Ich hab doch nur die Kunde gefunden Ach, hier kann ich wieder Kombinieren Diesmal was Explosives Und übergeben Und Teilebox kann auch Erdlach haben Die hängen hier immer noch ab Gut Die Geräuschkulissen sind ja echt teilweise farbelhaft, ne? Dann krieg ich echt jedes Mal ein Gänsehaut, wenn ich so ein Quietschen höre Ich sollte nicht weitergehen Ja Sie kommt doch Ja Wie viele sind denn davon noch? Das ist ein ganzes Minenfeld, mir ist Blut. Immer noch. Gut Schadenstufe 2 Den da rein, hier habe ich Schaden 3 drin, das bedeutet hier kann ich Schaden 1 rein machen und hier ist sowieso nichts und außer Kapazität, die kann hier eigentlich erstmal auch raus. Ich habe sowieso keine Munition dafür gefunden bis jetzt. Nein, ich will nachladen. Ja, 12 Schuss, na gut. Gut, legen wir einen Zahn zu. Das ist 6 Monate her, hallo? Entschuldigung. So, aber ich glaube, ich mache hier jetzt wieder eine kleine Spielpause und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.